Na, kommt ihr klar? Na klar! Ich hab jetzt eine rutschfeste Unterseite. Damit roll ich mich nicht mehr auf, ich verrutsche nicht, ich flattere nicht mehr im Ofen rum und natürlich backt bei mir nichts an. Das neue Backpapier von Toppets. Kein Aufrollen, kein Verrutschen. Auf dem Toppets, innen Geschmack.